Ich zeichne heimlich japanische Tänzer. Diese sind nämlich extra aus Japan für die Dokumi angereist. Diese Tanzart nennt sich Odutemita. Ich hab's auch mal getanzt. Erst hab ich Melochin gezeichnet. Und dann hab ich mit Penta weitergemacht. Ihr müsst die beiden unbedingt abchecken, sind wirklich großartige Tänzer. Es gab nämlich noch mit beiden getrennt ein Meet & Greet. Ich dachte mir, weil ich sie sowieso mal persönlich kennenlernen wollte, dass ich auch direkt das Bild übergebe. Die Reaktion von den beiden haben wirklich meine Erwartungen einfach übertroffen. Ich war einfach unnummern nervös davor. Im nächsten Teil könnt ihr die Reaktion sehen.